Ich war alleine zu Hause, habe mich mit meinen Mitarbeitern per Computer unterhalten. Das war anstrengend. Irgendwann dachte ich, bitte, ich brauche jemanden, der mir hier hilft. Ich hatte einen Heulanfall, aber dann ging es wieder. Kylie Minogue hat im Lockdown ihr neues Album produziert und erinnert damit an eine Zeit, in der wir noch unbeschwert im Club tanzen konnten. Ich habe ihn schon vor Jahren kennengelernt. Ich glaube 2004. Er war bei einem Fotoshooting im Hintergrund und als wir uns dann jetzt wieder getroffen haben, sind wir sehr schnell, sehr gut miteinander klargekommen. Angeblich wollen sie im nächsten Jahr in Australien heiraten, aber hier und heute gehört Kylie uns. Du bist ein Naturtalent. Kannst du diese Drehung noch machen? Er hat Disco in seinem Blut. Und vielleicht ja auch bald den Nebenjob seines Lebens im nächsten Musikvideo von Weltstar Kylie.